morscher schildern willkommensersen von bachnese wirklich mit schnuppen arsch aber zuerst später ja ich hatte eigentlich vor dort forgets dort die demo version von zu spielen da die vollversion das lauf dieser woche rauskommt aber ich habe gesehen dass dem version drei schritt lang ist und deshalb habe ich das video ich auch genau davon wieder löschen und wir warten noch ein paar täglichen und dann kommt es auch so raus und dann spielen wir auch die fortsetzung von anna tale also nicht die offizielle fortsetzung sondern die fan kreativ genug geredet wir hier zurück so jetzt geht das abenteuer nämlich weiter der bär hier dann weg und wir können jetzt hier so bms nation der müsste jetzt eigentlich war nicht sein das wäre jetzt davon aber gut er war sowieso ja gut da hatte keine chance anzugreifen das akzeptiert mal als von uns als entschuldigung vom spiel so haben wir unsere wache bekommen ja gut gehen wir zurück ja bitte ich habe den rückweg vergessen ich habe ich so es war ihre zwei werden alle sterben so blind die linken das ist hier lässt uns auch nicht durch aber gut dass wir sie wollen jetzt und es ist sogar one hit ja die musik wunderschön leute ich weiß wartet wir sprechen hier lieber noch mal safe game position in slot one das ist die poste bier blüß bei deinem ort singer da jetzt weiß ich wieder wo wir sind abwarten hier snacken uns doch gerade auf dem weg da hier kostenlose xp hao leute es hat sich gelohnt hat sich gelohnt hao baby offensiv ist hochgegangen bei drei defensiv um eins wieder um eins wieder um eins die q bei zwei obel lag ist so drei hochgang und max moment schliebe ja das rock maxi bombe pp und sehen ja heute man sieht kostenlose xp lohnt sich wissen wir auch aus andertale wenn wir dort das monster kit angreifen im genocid mode da free ball of exp die luxe xp dann liebe leute machen wir damit das sollste wenn er war ja wird schon gerne mit den anderen feiern wir sollten mal gerade gucken so wird eigentlich den größeren die haben wir jetzt schon den gleichen die cool luck ja die paula hat ihn schon fast von der speed aufgeholt läuft so dann speichern wir kurz direkt noch direkt beim ausgang zu tun dann gehen wir weiter wir haben hier jetzt alles gesehen was es zu sehen gibt gegen mal weg endlich habe ich eine chance mich zu entschuldigen das macht mich so glücklich mich zu entschuldigen kannst du hier bleiben dann habe ich noch eine weile länger bei dir entschuldigen ich glaube es ist eine zeit zu gehen habt ihr gehört das hat er die paula gesagt so und hier die sollten jetzt bitte auch vor uns weg rennen das wäre nice nein die renne ich von zweck aber die sollten auch mal nicht sein oder und wir sollten ja auch locker uns bitten trotzdem bauen wir jetzt nicht so toll bei der und zu 100 prozent immer schaden machen wir so dass ich habe jetzt ja gut ich werde das backtracking mal rausschneiden das habt ihr alles schon gesehen bis gleich blau blau ups ich wollte es nicht mehr sagen ich habe die brücke repariert als ein zeichen der schuldigung ich möchte einfach helfen und damit hat er dieser typ und seinen großen langen und schmerz und schreier füllt den umweg erspart danke dir beckuja in tusten leute so ist ja schon eine weile herwartet die speichern direkt mal ist ich kann einfach nicht genug speichern leute bei speichern wurde teilen genauso wie meine arme und beine naja zumindest bis ich diese entfernt habe aber es sind teil von mir so reden mit dem orange kit mal gucken was der so für einen fortschritt gemacht hat ich hatte mehr probleme als ich gedacht habe ich habe ein problem 1 1 1 theorien von bat läuft warum nicht aber er macht fortschritt wenn er es gefunden hat fragezeichen oder immer das rückschritt er wird das schon gerne hier auch dem problem achte ich wahrscheinlich auf dem markt so dann leute zeige ich euch mal was passiert und versuchen so zu gehen falls euch noch nicht aufgefallen ist jede stadt hier hat als die ersten buchstaben immer eine nummer zumindest bis zu einem gewissen grad also bis jetzt so du hast eine krank halte frau gefunden hier nach sinn spiel 94 war ich sorry es ist eigentlich der super schmerzen reinschneiden oder rein summen aber ich habe vergessen wie es gegen ich bin schade ich bin schande leute ich bin schande schande für die ganzen nintendo community es tut mir leid es tut mir so nennt ich leid wir es laut 1 gibt es sandwich und das genau das ist jetzt mal genau ich habe hier übrigens noch auf dem rückweg eine cup of life und holz gefunden brauchen wir noch die wiederbeleben eines unserer leute und ja das war perfektes deutsch ich weiß so dann benutzen wir es mal so hier dann wird darauf sehen was kann es gibt sandwich gibt dir ein gibt eine hohe geschwindigkeit für zehn sekunden es hilft dir außerdem deine kraft ein bisschen zu regeneraten ja gut und das braucht dass er jetzt der wurde ein bisschen kaputt gemacht und wo leute seht das dass der speed ich bin nicht sicher aber ich habe das gefühl dass nicht uns beschleunigt sondern das spiel aber da reden wir mit dem typen noch mal kurz geht zurück so es ist nur eine sage aber ich glaube die die gäste in den tunnel mögen es mögen nichts was was sehr glücklich und glücklich ist wenn ich in den tunnel eingefahren bin habe ich ein paar gruselige töne gespielt und die gäste haben sich langsam weg ich glaube die monster können nichts positives ausstehen ok weiter so und jetzt seht ihr auch was er gemeint hat zurück geht zurück geht zurück geht zurück ja und das passiert dann versuchen durch den tunnel zu gehen ist so was auch immer in komporelle typen sie haben können dann gehen wir mal zurück etwas offroad würde ich mal sagen denn wir sind die offroad gangster des 21 jahrhunderts und der typ hat uns von hinten erwischt ein ips hat uns so eine wird uns von hinten erwischt hilfe beste musik smash job paula ich muss kurzen flug trinken die leute dafür hat sich gelohnt ja gut jetzt ist auf jeden fall was da passiert und wir müssen den weg nicht noch mal entlang gehen bis gleich nur leute hat mir diesmal sogar ein bisschen rückweg erspart finde ich korrekt wenn es nur immer so wäre dass es sich zu günstigen zeiten schließt immer hin zurück da gibt es sicherlich heute sie sehen wollen danke dass du bist mein held danke ich bin auch mein held eigentlich groß wie paula sein falsch und das sind mutter für mich du kannst vielleicht meine emotion nicht nachvollziehen ich habe vielleicht ein baby gesicht aber ich habe den geist eines erwachsenen ich bettel um deine entschuldigung ach das hatte die haben wir gerade geredet ja ich wusste es du hättest paula ich verstehe sie sich wirklich aber ich weiß dass paulas extremst coole kräfte und dein großer mut jeder schnell entstand halten können paula muss vielleicht mal einen ausflug machen was also paula wenn ein ausdruck machen muss sei jetzt sicherste mitzunehmen was es meine eigene handgemachte bandage das reimt ja jetzt noch mal auf englischer mit jr 3 hört jetzt mal very hand made band aid so das reint sich ich weiß ich jetzt einfach hand aid ja paula das hand aid bekommen hast du schon dein vater getroffen es wird ihm leid dass er mich sehr fühlt vom bergling park fertig liegt hat wartet sondern gucken wir so was die hand aid kann das gucken wir zu sagen hier hand aid eine handmade band aid es heilt deinen verwundeten körper weg nach einer benutzung und ja wir können es hat sich auf verstorbenen leuten nutzen um es wieder zu beleben als jetzt hier unbewusste dann gehen wir jetzt zu deren vater paula ich danke dir so sehr du musst der junge sein welche welt rette wie wie in paulas raum ach so paula ich bin jetzt sicher wird seine großartige hilfe sein wenn er ist es ist alltäglich dass sein vater sind doch da zu einer reise schickt und die welt zu retten keine sorge über mich sorgt ich nicht um mich er ist und ich werde fähig sein auf und selbst aufzupassen das lässt der nächsten statt wenn wir einen neuen freund zu treffen wenn die drei von uns unsere kräfte kombinieren kann niemand und schlagen nun macht ihr die augen trocken schnäuze dich und licht bevor weggehen tschüss paula keine sorge ich werde ich mal weinen ja ja hier im hintergrund übrigens paul jenna so ein sehr schönes lied und auch von der afbon community ja sehr gut gesungen das muss man sich mal anhören da ist ein typ hallo er wird sucht nach dir er hat etwas nicht und gleich werden wir auch sehen was es ist es ist die lösung aller unserer probleme ein werkzeug mit dem wir die welt retten können gucken wir uns mal was genau das ist ich wollte dich fragen mein partner zu sein aber ich weiß dass du abnehmen wirst es ist immer auf deinem gesicht geschrieben wenn du akzeptiert werde wollte ich etwas geld geben eigentlich kann ich das geld nun sowieso nicht behalten dass ich dir diese geben was es sind 10.000 dollar nütze das geld auf irgendeine hat du magst du kannst das ja du kannst meine aufbauung kraft einfach nicht ablehnen akzeptiert einfach das plan nicht nach der bösen man die man nicht dazu zu gucken die salaya die salaya x agret und da ohne ich sehe ich in anderen zeit in einem anderen raum ok paul hat eine menge anscheinend genommen läuft ja leute diese sind auf alle unsere probleme die lösung zur rettung der welt und der menschheit vor geiger es ist geld und inwiefern werdet ihr jetzt sehen denn mit dem geld werden wir auch durch die tun bekommen und nähe die geister sind nicht bestechlich scheiße ist was anderes so doch wenn ich immer einen weg wo du hintritt trampeln so das geld ist nämlich nicht die lösung für unsere probleme sondern für alle von den rauf hat da du möchtest über geld reden erst wenn wir es nach der viele große scheine reden ich habe eine starke regel dafür wie ich meine wie ich die geld sachen regel okay dafür müssen jetzt erstmal da reinkommen die show so auch wir haben kein ticket so dann wo bekam auch mal das ziel das geht her ich hab's vergessen du bist ja heute mit einem mädchen da du musst sehr popular sein wie was wenn ich dich mit meinem bandmitglied vorstelle erst genau hier ja bist gekommen dann verdienst du dir ein geschenkte playboy hier ist ein bad back stage du kannst nun in unsere schau gehen hier mit hollas backstage passe genommen so und damit okay gut ich habe jetzt erst das spiel abgestürzt war die speichern noch mal genau so gleich dieser nervige typ ist wieder da und macht den foto von uns überspringen den text und sagt was sie pickel sind gehen dann bitte schnellstmöglich weg so jetzt habe ich da kommt denke ich das spiel schützt ab das ist der extremste auch für mich so wir so wissen wir uns haben speichern wir noch mal wartet jetzt so ich mag die musik so hier du willst doch die one five show sehen okay so das reden mit diesen leuten sparen wir uns jetzt erst mal wir gucken uns einfach nur die schauer an wenn ich nicht irre müssen wir mit jedem reden damit wir uns die schauen gucken können wie war es noch mal ich erinnere jetzt eine kleidung bitte kommen nicht ein er wird müssen natürlich reden ein junger fan wie du ist wirklich mag wirklich one five music wow ich bin beeindruckt la 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 mimi ich bin total die meine tochter hat mich hier hergebracht so ich bin so glücklich dass sie sagen ich könnte backstage gehen aber ich habe keinen pass ich bin mir sicher diese crew wird mich stoppen hey wirklich du hast ein pass ich kann es nicht glauben kann es sich bitte 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 mitnehmen ich könnte mich als seine schwester ausgeben ja das rock let's go mein herz schlägt so sehr her das ist armselig und cool gut ja in alten tagen waren eine menge tänzer und acts in diesem theater außer jetzt jetzt noch wir hier wir haben hier sogar schulden bekommen das heißt wir sind hier irgendwie gefangen die leute von tusen enjoy die run away show schon für ein paar jahren es ist ein bisschen traurig für mich okay ich habe die liga ich habe die dubio ich habe das schulden blues wenn ich 10.000 dollar hätte wenn ich meine schulden wegzahlen und zur nächsten stadt gehen ich frage mich ob unser wenn immer noch funktioniert er muss extrem zerrostet sein ich hoffe ich hoffe du gibst uns aufmerksamkeit ja ja der slag ich habe die rex der berühmtesten one away five lieder geschrien money das ist ja ja ich weiß jetzt nicht so ich möchte etwas brot ich brauche etwas geld ich möchte was ich möchte ein paar mehr das war es nicht irgend so ein teig oder sowas die ganze zeit ich bin so aufgeregt ich werde mich ein essen mein herz geht bitte bitte so dann ich werde noch mal kurz speichern safety game position und man ja und jetzt wird ja auch schon die show müssen noch nicht mehr drehen ja das ist richtig heute abend sehen im kaste hat das so ein kommentierend zu rock'n'rollen liebte auf der bühne weiter für eine limitierte zeit nur die größten blues man in dieser welt und er kommen sie ja und an der stelle krieg ich kurz was denken die ihre show abhalten ihr fällt gerade auf ich sollte vielleicht den sound etwas outer stellen und mal wieder auch die fresse halten so bis gleich okay ich habe versagt leute das gerade leute war das mit abstand schlechteste war ich bis jetzt auf dem gesuren bekommen habe so dann hier kommt noch mal hier so ich muss das auch meistens etwas üben bevor ich das hier abspiele hätte schwächen voraus dran denken sollen so dann spreche ich kurz noch mal die leute vorher nicht da waren sind plötzlich wieder aufgetaucht und würden jetzt gerne über die show reden wir machen der story weiter so ein magischer moment so entschuldige mich ihre stimme dass ich auch jedes mal fällt mir gerade so auf so die war eine menge geld sie werden hier bleiben bis sie das geld zurückgeben haben das könnte für 100 jahre sein außer du entscheidest dich deren schulden abzubezahlen ob es noch nicht dafür sind wir da was hast du hat bekommen lass mich mal einen wirklich dichten blick drauf werfen vielleicht sollten wir noch mal abgeben ach so wir müssen ja auch ich bin so dumm du hast mich überrascht nun ich bin mir nicht sicher was ich tun sollte ich habe das geld natürlich bekommen und nun können die man es gehen ich habe mich nicht zu beschweren jetzt wo ich mein geld habe die die haben auf das signal gewartet nun weißt du was dieser kleine junge hat uns von einem altraum zu einem traum gebracht das bedeutet wir können unendlich aus diesem müllalde rausgehen ich bin ein guter fahrer komm schon ich werde es dir zeigen ja alles klar lass uns zur nächsten stadt gehen ich bin mir sicher was unser alter oh dank werden zeigen bringen ich denke mal die meiner mit deren schrottkarre oder so ich habe kein spektakel aus mehr gemacht und mir so leid ihr dort sein happy ending nur er nicht wartet jetzt vor die musik ich liebe die gerade hier direkt mal speichern dies so ob es so und die bleibt doch oh danke sei gut so kommen wir jetzt jedenfalls so durch schrott durch das ist so laut für irgendwelche geister um uns möchtest du auf dem bus der type blockiert uns das fett das sind wir aber nicht zu laut sagen ansonsten nachher schreien es geht und hier beginnt auch direkt noch ein lied hey steigt aus meinem weg das liebe leute ist autofahren noch mal aus das orange kids vorbei ja bei tusten war eine schöne zeit mit dir wegen länger geblieben aber du bist noch verdrecktes kaff ach da oben ist noch das sandwich das wir jetzt nicht bekommen haben weil das spiel abgeschützt ist wartet wir sprechen der stelle noch mal zur sicherheit aber hat an der stelle kann ich ja auch direkt ein multi slot speicher machen für den fall auszusehen wieder ein slot überschreibe so dann direkt auf 5 gespeichert und weiter geht's leute naja und die geister die kommt nicht vorbei sind zu langsam wenn ich das richtig verstanden habe wegen der lauten musik oder weil die musik bietet oder keine ahnung lassen wir einfach mal so ja wahrscheinlich weil wir zu schnell sind oder sowas keine ahnung und hier sieht jetzt auch schon die nächste umgebung leute willkommen resident evil ja oder so ähnlich halt das hier ist red sieht aus als müssten wir jetzt sagen diese stadt sieht ziemlich glummig aus ich bin mir sicher könnt ihr platz etwas hell mit eurem sonnenschein und das war schon sein schluss wort ich sag mal nicht wo das aussieht haffe wir sehen uns irgendwann wieder guckt nach uns wie wir im theater von vorsight singen jeder hat nochmal speicher und dann gehen wir weiter da gibt's pizza und jetzt seht ihr gleich auch was hier so an diesem ort ist was hier so an diesem ort ist tolles deutsch gehen wir unten erst mal zu dem ob nicht gruselig ausdehenden zirkus wartet wo weiß ich das noch mal moment ist gerade gar nichts auffälliges musik ich habe mich komplett verirrt ich wollte das gar nicht öffnen nicht tolken hier checken so ist da was drin ok nur alter müll muss da wo wir hinwollen wird fack dass die wüste da ist es mich nicht so recht leute na gut gehen wir weiter wenn ihr schon zu dem wort hinkommen so dass noch ein bus stop hotel da ist es der zirkus endlich so und ein leute das ist nicht der zirkus haligali so wie können wir die zombies kaputt machen ich verstehe es einfach nicht ja diese stadt jetzt mit und das spiel ist abgestürzt und wir haben schon lange überzogen deshalb welche die folge beenden bis dann leute ciao